Erste Stürmer bei der ersten Mannschaft zur Zeit. Trotzdem muss er noch im zweiten Spiel. Ach nee. Das war eben zu einfach. Ruf das Ding! Foul, Mensch! Foul, Mensch! Hau das Ding raus da, Mensch! Null! Das ist noch zu einfach. Pfeifenfieber. Rüseles Pfeifenfieber. Rüsel. Oh, nee, ne? Neun! Das muss nix heißen. Wieder ne neuner! Komm, Kiff! Jawoll! Elf! Null! 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 Rüsel! Null! 아이FC! Schau mal schnell! Weis nicht. Neue bei der 2021 bei. Hau ist es definitiv! Ja! roles! Void! Feuere! Feuere! Hoaaa! Ja-hoo! Am Mittwoch um 14 Uhr, im Winter, das war so scheiße, 10 Grad Minus in der Schule. Jetzt ab! Zieh ab! Voll! Komm weiter hier! Reiter muss hin! Geh rein da! Komm hast du, schön! Weiter! Jetzt rein! Oh! Scheiße! Von euch trinkt keiner, oder? Ne? Boah! Ich hab echt kein Taufen müssen. Die Qualle kommen wenigstens aufs Tor, ne? Warte mal, kommt noch mal die Schale. Und! Ey! Hey, Uwe, gut gemacht! Schön, Pettwig! Und euer Woll, Kevin! Nein! Nein! Ey! Nix! Oh, das ist falsch, Junge! Der ist der, der schon von Jürgen Bokes Seiten... Halt auf die Hand, Mensch, Junge! Ja, genau! Du, der Ansager kennt Jürgen Bokes noch, von früher! Jetzt ist es passiert! Rauf da! Jetzt ist alles zu spät! Halt auf! 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 Der holt das jetzt! Halt auf! Ganz stark gemacht! Aha! Nattetisch! Aha! Aha! Wo ist der Rad her überhaupt? Die ganze Zeit? Aha! Zuhause geblieben! Das muss doch jetzt bestraft werden! Jetzt! Aaaah! Aaaaaah! Das war's! Und... Dann passiert. Ja! Er muss ja allein zwei Minuten für seinen Assistenten sein. Oh, da ist nur Ball. Das ist so eine Platze, Alter. Da feilt er so viel viel ab. Vergrafen wir schon.